Ich möchte mich für die Gelegenheit bedanken, hier zu sprechen. Ich werde versuchen zu erklären, wie das alles begonnen hat und wie es sich auf mich ausgewirkt hat, um Ihnen eine Vorstellung zu vermitteln, wie es ist, wenn man der Künstler ist, der ausgewählt wurde für diese Kollision zwischen Kunst und Wissenschaft. Es begann mit einer E-Mail, mit einer Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen. Ich hatte gerade einen Tag vor Ablauf der Frist. Ich dachte mir, da habe ich ohnehin keine Chance, aber ich wollte es doch versuchen, denn ich hatte immer davon geträumt, einmal ans CERN zu kommen. Und daher habe ich in einem fünfminütigen Video erklärt, warum ich so gerne dorthin möchte. Und dann wurde tatsächlich ich ausgewählt. Das war für mich eine große Überraschung. Und dann habe ich angefangen, mich zu fragen, was erwarte ich eigentlich davon. Es ist nicht so leicht, die eigenen Erwartungen zu formulieren. Ich wusste, ich will dorthin. Ich hatte vom CERN geträumt, seit langer Zeit. Ich hatte immer gerne wissenschaftliche Zeitschriften gelesen. Und für mich war das eine große Inspirationsquelle. Denn Technologie ist etwas, das macht mich einfach glücklich. Ich sehe eine große Maschine und ich empfinde ein Glücksgefühl. Und auch im Gespräch mit Wissenschaftlern bin ich draufgekommen, dass das etwas ist, das mir sehr viel gibt. Aber wie geht man vor bei so einer Kollision zwischen Kunst und Wissenschaft? Sich für etwas zu interessieren, ist ja noch nicht alles. Also bin ich zuerst einmal drei Tage lang dorthin gefahren, im Januar. Ariane Köck hat uns herumgeführt in der Einrichtung. Es waren wirklich drei ganz erstaunliche Tage. Ich habe diese riesigen Maschinen gesehen, unterirdisch und Labors, oberirdisch. Ich konnte gar nicht glauben, was ich dort alles gesehen habe. Man hat mir erzählt über diese verborgenen Welten, die sich mir auftaten. Ich konnte nachts nicht mehr schlafen, weil ich so begeistert war von dem, was ich gesehen und gehört habe. Zwei Monate später kam ich dann wieder, um zwei Monate lang zu bleiben. Und ich hatte tägliche Begegnungen mit Wissenschaftlern. Einmal oder zweimal in der Woche hatte ich die Gelegenheit, mir Experimente anzusehen. Denn es gibt ja nicht nur dieses riesige Experiment, das unterirdisch stattfindet, sondern auch über der Erde finden ständig kleinere Experimente statt. Also so hat das alles begonnen. Dann habe ich an meinen eigenen Arbeiten weitergearbeitet. Aber die meiste Zeit habe ich damit verbracht, mit Wissenschaftlern zu sprechen und über das Gehörte nachzudenken. Ich hatte das Gefühl, es sei nicht richtig, an einem eigenen Projekt zu arbeiten, denn ich brauchte wirklich die gesamte Zeit, um das zu absorbieren, was ich dort hörte. Das nahm meine gesamte Zeit in Anspruch. Das Diskutieren und das Nachdenken. Im OK ist unsere Arbeit ausgestellt. Das ist die Arbeit, die ich eingereicht habe. Die jetzt hier hängt. Das ist ein Beispiel dafür, wie ich an Kunst herangehe. Das ist nicht wissenschaftlich. Und es ist auch nicht Wissenschaft und Kunst gleichzeitig. Ich bin Künstler, aber mich interessiert die Wissenschaft. Mich interessieren vor allem diese Dinge, die so winzig klein sind, dass man sie im normalen Maßstab gar nicht mehr erfassen kann, die sich in normalen Bildern nicht mehr darstellen lassen, denn unser Gehirn ist dafür nicht ausgelegt. Exodimensionen sind etwas, das kann man sich nicht vorstellen, denn unser Gehirn ist nur ausgelegt für drei Dimensionen. Ich versuche nun, Kunst zu schaffen, die vielleicht in der Lage ist, etwas aufzuzeigen, das in diesen kleinen Welten verborgen ist. Und vielleicht kann ich das durch Skulpturen zugänglich machen, was mit Worten nicht möglich ist. Im Wesentlichen gibt es da zwei Arbeiten, die ich zeigen möchte. Die Arbeit, die im OK installiert ist. Aber zuerst zeige ich Ihnen noch etwas anderes, das noch nicht fertig ist. Das sind beides Arbeiten, die noch nicht umgesetzt sind. Vielleicht lassen Sie sich auch gar nicht umsetzen. Die Künstler unter Ihnen wissen sicher, dass vieles von dem, was man sich ausdenkt, entweder zu teuer ist oder illegal oder aus irgendeinem anderen Grund nicht möglich, weil es für andere oder für einen selbst schädlich sein könnte. Oder weil das einfach so viel Energie aufbrauchen würde, dass es nicht durchführbar ist. Also die meisten meiner Ideen waren solche Ideen, die sich nicht umsetzen ließen. Aber als Künstler hat man, glaube ich, die Aufgabe, gerade die Ideen in Realität umzusetzen, von denen alle sagen, dass sie nicht machbar sind. Man sollte sich nicht auf Dinge beschränken, die von vornherein leicht realisierbar sind. Das interessiert mich auch gar nicht. Ich zeige Ihnen jetzt das Beispiel für einen Apparat. Das ist ein sich selbst drehender Torus. Ein selbstrevolvierender Torus. Das war gar nicht so schwer herzustellen. Das ist nur ein Modell für einen solchen Apparat, der aber im Raum schweben soll. Das ist inspiriert von der Form des Universums, das ja mehr Dimensionen haben soll als vier. Das ist ein dreidimensionaler Torus. Ein vierdimensionaler Torus ist etwas anderes als ein dreidimensionaler Torus. Das ist einfach ein Versuch zu zeigen, wie ein dreidimensionaler Torus versucht, ein vierdimensionaler Torus zu sein. Das nächste Objekt, an das ich gedacht habe, ist ein Hyperkubus. Also ein vierdimensionaler Kubus. Ein Bild davon kann man nicht herstellen, denn das ist vierdimensional. aber man kann eine vierdimensionale Projektion von einem dreidimensionalen Objekt machen. Auf Papier lässt sich das nicht machen. Papier ist ja nur zweidimensional. Man kann eine zweidimensionale Version eines dreidimensionalen Kubus zeichnen und das gleiche geht mit einem vierdimensionalen Kubus. Der lässt sich vierdimensional darstellen, so wie es hier der Fall ist. Das dreht sich. Daher haben Sie nicht nur eine Perspektive, sondern verschiedene. Und aus dieser Perspektive sieht dies aus wie zwei Würfel, die ineinander stecken und die sich im Kreis drehen. Aber das stimmt nicht. Wenn man die Perspektive ändert, stellt sich heraus, dass das etwas anderes ist. Es ist in der Tat ein vierdimensionaler Kubus, der sich von innen nach außen dreht. Ich weiß nicht, ob Sie das erkennen können. Wenn ich das jetzt in einem bestimmten Winkel drehe, so zum Beispiel, dann sieht es wieder anders aus. Das ist nur eine Änderung der Perspektive. Ich habe vor, etwas zu bauen, das dieses Phänomen darstellt. Nämlich, dass man bei einem bloßen Perspektivenwechsel plötzlich etwas ganz anderes sieht. So wie der Augenblick, in dem das Gehirn glaubt, etwas zu sehen, aber dann verliert man es schon wieder. So geht es mir immer, wenn ich versuche, mir etwas Mehrdimensionales vorzustellen. Eine Sekunde lang gelingt es mir, aber dann ist das Bild wieder weg. Und es geht mir um diesen Augenblick, wo man am Rande zu dem steht, was man sich vorstellt. Diese Inspiration hatte ich, als ich versuchte zu verstehen, eine physikalische Phänomene zu verstehen, die jenseits der newtonschen Welt sich befinden. Wenn man sich das jetzt vorstellt, das hätte etwa die Größe eines Menschen, mein Kopf wäre im Zentrum, und das Ganze könnte sich dann drehen und im Raum bewegen. Ich habe lange Zeit über das nachgedacht. Aber jetzt möchte ich über die Arbeit sprechen, die ich schon ausgeführt habe. Das sind vier Hängelampen, die nicht unbedingt so aussehen müssen. Es könnte jede Art von hängender Lampe sein. Im OK gab es keine hängenden Lampen, daher habe ich diese verwendet, weil sie mir gut gefallen. Aber es geht nicht um die Lampen, sondern um die Bewegung. Ich habe einen Mechanismus konstruiert, der den Lampen einen Anstoß gibt. Die beginnen dann, sich zu bewegen. Die Kabellänge ist bei jeder Lampe unterschiedlich. Und die Wellenlänge ändert sich mit der Länge des Kabels. Wenn das Kabel etwas länger wird, dann braucht die Lampe eine Millisekunde länger für eine Umdrehung. Wenn die erste Lampe 75 Umdrehungen vollführt, sind es bei der zweiten 76, bei der dritten 77 und bei der vierten 78 Umdrehungen. Nach jedem Zyklus von 78 ist die Harmonie wiederhergestellt, denn sie haben dann alle die vollständige Anzahl von Kreisen vollführt. Dann schwingen sie alle wieder gemeinsam in diesem Augenblick. Aber in der meiste Zeit sind sie nicht synchron, denn nach 20 Zyklen etwa beginnt das Chaos. Nicht echtes Chaos, aber es scheint Chaos zu sein, denn man kann diese vier verschiedenen Frequenzen nicht berechnen. Es sieht aus, als sei das alles im Chaos. Und genau das ist der Augenblick, an dem man versucht, die Bewegung zu verstehen. Man glaubt, man versteht sie hier. Glauben sie vielleicht, die hängen alle zusammen, sind durch einen elastischen Faden oder eine elastische Schnur verbunden. Das ist überhaupt nicht so. Das ist nur die Länge der Kabel, an denen sie hängen, die den Anschein erweckt, als seien sie miteinander verbunden. Wenn ein Kabel zum Beispiel ein wenig länger wäre, dann würde das immer chaotisch wirken. Für mich geht es um diesen Augenblick zwischen sehen, verstehen und wieder verlieren und nicht mehr verstehen. Dafür ist, glaube ich, ein Teil im Auge verantwortlich. Das ist nicht etwas, das im Bewusstsein passiert. Das sind die Augen, die die beiden Dinge miteinander verbinden, je nachdem, wie die Bewegung verläuft. Und das passiert ständig mit diesen Lampen, kontinuierlich. Sie scheinen verbunden und sind nicht verbunden. Mir geht es immer um die Suche nach der Verbindung zwischen den Dingen, die wir sehen. Wir empfinden etwas, wir machen ein Experiment, wir bekommen ein Ergebnis, wir bekommen Zahlen. Aber was ist die Bedeutung dieser Zahlen? Und was mich wirklich interessiert, ist die Frage, wie kann man das interpretieren, was man sieht und was ist verborgen hinter dem, was man sieht. Denn was man jetzt sieht, ergibt keinen Sinn, wenn wir uns die Details ansehen. Da muss eine Erklärung dahinter stehen, die wir noch nicht kennen. Und wenn wir diese Erklärung einmal kennen, dann stellt sich ein neues Problem für, dass wir wiederum nach einer Erklärung suchen müssen. Es geht immer darum, eine Beziehung zu finden, oder ein Gesetz zu finden, das hier anwendbar ist. Aber dann schauen wir uns das näher an. Und wir verlieren das Gesetz wieder, denn alles ändert sich. Und diese Installation versucht das in großem Maßstab, nicht bewusst, sondern unbewusst zu zeigen. Ich hatte gar nicht Zeit, mir das länger anzusehen, denn ich bin erst gerade vor zwei Tagen damit fertig geworden. Ich habe ein ganzes Monat lang mit einem Freund daran gearbeitet. Ja, das reicht vielleicht. Genug der Erklärungen. Es gibt übrigens auch andere Bewegungen, nicht nur die, die Sie hier gesehen haben. Ja, können wir vielleicht mit dem runden Tisch beginnen. Dann sehen wir uns das. Also sehen wir uns die, die wir bei einem Schwerpunkt, wiederum, die es ist so großartig. Und dann sehen wir uns das.